Uah, eh... Oooooooooooooooo... Fuck... Steck ne Banane in dein Ohr! Was ist das für ein Bananenchor? Du wirst niemals glücklich so, probier's mal mit Humor! Oh mein Gott... Da bin ich wieder! Nachdem ich gemerkt habe, dass ich offizieller Millionär bin, ist es mir aufgefallen so... Ey, ich hab einen YouTube-Kanal! Nur zwei verdammte Videos in 2019 und eines davon war mein Abschlussfilm. So, was habe ich denn den Rest des Jahres so gemacht? Naja, bis August habe ich die Schule besucht. Natürlich habe ich gelernt. Und es gab sogar ein Abschlusstheater. Ich war ein verfickter Franzose. Und was kam nach August? Das ist schon wieder ein halbes Jahr. Ja, jetzt bin ich ein offizieller Sklave und arbeite jeden Tag auf dem Bau mit viel Körpereinsatz. Wenn ich den Knopf für den Computer drücken muss. Ja, ich mache eine Ausbildung zum Informatiker tatsächlich. Und hier eine kleine Demonstration. 01100111 Aber zeittechnisch ist ein Video pro Woche eigentlich voll im Rahmen. Also, warum kamen keine Videos? Sagen wir mal so. Ich habe lieber das gemacht, was 16-jährige Bastarde so machen. Das ist einfach ein Mond. Oh! Habe ich eigentlich vorhin gerade um auf die Lichter geleuchtet und nicht auf dem Mond? Oh! Das ist mir die Lateine. Oh! Die ist verdammt schnell oben. Digga, das ist verdammt schnell oben. Und darum auch. Wow! So auf dem Mond! Ich sehe es an den Hohen. Aber jetzt bin ich back. Und zwar brauche ich euren Support. Insofern ihr noch lebt. Meine aktivste Zeit ist auch schon anderthalb Jahre her. Ihr habt euch geändert. Ich habe mich geändert. Ich habe vernünftige Audioqualität. Einigermassen. Und falls ihr denn Stuff feiert. Teilt mich. Bis in 2021. Cash, 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 Cash. Klebt der Bitch auf ihr Ass. Sagt zu ihr, ich brauche mein Geld. Ich brauche mein Cash. Digga, ja, ich leih mir ne Wumme. Will ich besser spielen, nicht verdumme. Ja, zeig mir die Summe. Zeig mir die Summe. Ich brauche mein Geld.